So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir werden beschossen, Alter. Voll der richtige, voll der gute Abstand. So. Wow. Ich gehe hier erstmal in Deckung. Moment, Moment, Moment. Die M4, die kenne ich. Mit der kann ich eigentlich recht gut umgehen. Scharfschützen haben wir leider. Was hat das denn? Hm. Hm. Von wo? So. Ja, wir haben Panzer zur Unterstützung. Finde gut. Ich gehe jetzt wieder zum Abschießen. Nummer 1. Fah! Hey! Am besten. Keine Ahnung, wie ich den bekommen habe, aber ich habe ihn gekriegt. Ich werde mich so ein bisschen hinter dem Panzer stellen. Komm. Komm. Eine Granate zurück. Oh. Oh. Okay, na. Wir laden nach. Wir laden nach. Moment. Los, 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 los. Ich hoffe. Ich hoffe, das Bildformat stimmt. Ich habe... Ey. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe es hingekriegt. Weil immer wenn das Bild so gequetscht ist, das sieht nicht gut aus. Sehe ich selber. Ja. Ähm. Könnten sie... Ja verdammt! Hier kommt Tombstone! Und jetzt zum Flugfeld. Sieht im Norden auf der anderen Seite der Straße. Also unter der Brücke nach vorne durch? Denke schon. Hoffentlich haben die alle eine gute Versicherung. Hohoho. Ja, die brauchen eine richtig gute Versicherung. Ui. Los. Sprecht deutlich, ich verstehe kein einziges Wort. Ja, hier. Zeit für Ziele! Hol das Lichtgerät raus! Sieh nach, womit wir's zu tun haben! Runner, wir haben das 2! Wir nähern uns! Halte Deutschlands! Verstellungen im Fernsehen! Auge! Trimst aus! Geht nur Ziele! Bitte wiederholen, Ambo! Bei der Atapierung der kaltische Panzer! Wir sind so fest! Ziel erpacht! Schießt! Das war definitiv echt intelligent! Jawoll! Ah! Auf unserem Panzer! Das weckt mich! Jep! Oh! Granate! Wir müssen uns zurückziehen! Ah! Uff! Runner, wir haben das 2! Halten sich zur Verteidigung des Gerichtes! Wir erfüllen durch die Türe! Verstanden? Nummer 3! Wir sind gerade rechtzeitig! Entwurf der festen Boden zu kaufen! Runner, Ende! Brause uns hierzu weiter! Es geht los, Rack! So! Hier der Angriff läuft! Schuss! 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 Oh! Da war ein Panzer, glaube ich, gerade! Komm schon! Schuss! 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 Das ist unser Panzer, ne? Hier! Schuss! Schuss! Zins,여... Mom! Stay! Als keinALD! habits zu reduzieren! Wie? Scheiße. Keine Knarre? Doch. Au. Nicht sterben. Nein! Fuck. Äh. Ah. Jetzt lässt langsam die Konzentration nach. Au. So. Jetzt aber noch mal mit. Oh. Extrem unüberlegt. Oh. Hey. Lauf. alter ich muss mir erstmal hier der zieht gut ich weiß ungefähr wo wir sind auf der realen map ja 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 Seinen Granat habe ich fliegen sehen. In your face! Jawoll! Ich freue mich schon auf den Multiplayer aber ich glaube ganz ehrlich da bin ich noch schlechter als hier. Was war das? Was ist passiert? Hm? Wie sollen wir jetzt da rüber? Ach wir sollen fahren. Oh yeah! Hä? Hä? Katze! Oh geil! Hä? Ja gut! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann heißt das hier rein geil! So was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf Youtube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas was du gut findest was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich wenn du wieder dabei wärst. Anders ein Beispiel. Angestell ist dort sozusagen des Laps. Kannst du doch malproblematisch? Jahre ...